hallo und herzlich willkommen zu diesem video wie ihr in den letzten paar wochen schon gemerkt habt beziehungsweise in den letzten vergangenen drei wochen sind keine videos gekommen weil das technisch und mir gesundheitlich nicht möglich war was zu produzieren aber jetzt geht es wieder los es haben sich zwei abonnenten verabschiedet in dieser zeit aber in den nächsten paar wochen geht es wieder ab wie gewöhnlich und würde mich sehr freuen wenn ihr diesen kanal mit einem klick auf den abo button unterstützen würdet um keins meiner neuen videos zu verpassen auf diesem kanal geht es um gesellschaftskritische themen und somit verabschiede ich mich für heute bis zum nächsten mal